Teilsverbot hat euch ein Video gemacht, bei dem er sich bei McDonalds bewirbt, weil er ja immer deren Produkte kostenlos promotet und da hat er einfach mal nachgefragt, so, yo, können wir ja nicht irgendeine Kooperation machen, ich promote eure Produkte immer kostenlos, ich weiß, ich bin eine sehr kontroverse Person, aber es wäre cool, wenn ihr mir ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Und ich bin irgendwie in einer ähnlichen Position, weil ich rede über Drogen und damit ist mein Kanal automatisch kontrovers und somit ist es halt für mich etwas schwieriger, Placements zu finden. Es ist jetzt nicht so, dass ich gar keine Placement-Anfragen bekomme, aber die Placement-Anfragen, die ich bekomme, sind zu 90% von irgendwelchen Produkten, die ich nicht supporten will, zum Beispiel irgendwelche Online-Casinos oder die bieten mir einfach viel zu wenig Geld. Manche denken jetzt bestimmt, dass ich mir irgendwie erhoffe, von irgendwelchen Drogenfirmen gesponsert zu werden, aber ich fände es einfach so nice, einen Sponsor zu haben, der nichts mit Drogen am Hut hat, weil damit ist jedes Placement automatisch äußerst unterhaltsam. Wie geil wäre es denn, wenn ich plötzlich in einem Video sowas sagen würde wie, ich unterbreche dieses LSD-Info-Video, um meinem Sponsor zu danken und zwar dem Hersteller dieser Schere. Am nächsten würde ich natürlich in meinen Videos Produkte supporten, die ich feiere und selbst sehr häufig nutze. Also ich zähle euch jetzt meine Traum-Sponsoren auf und bewerbe mich somit auch bei diesen. Traum-Sponsor Nummer 1, Netflix. Ich liebe Netflix, ich verbringe so viel Zeit damit Serien zu schauen, ich bin der ultimative Serien-Junkie. Es gibt so viele geile Netflix Original-Serien und von allen Streaming-Plattformen hat auch Netflix mit Abstand das beste Interface. Mein Kanal würde auch perfekt zum Thema Netflix passen, weil es gibt auf Netflix richtig viel zum Thema Drogen. Von Serien über Dokus bis Koch-Sendungen. Ich würde mich auch von Prime Video sponsern lassen, da gibt es auch sehr viele coolen Stuff und das nutze ich auch sehr häufig. Ich würde sogar so weit gehen, mich von Sky sponsern zu lassen. Ich finde, die Plattform ist zwar übelst krass verbesserungswürdig, ich könnte ein Buch schreiben darüber, was ich da alles besser machen würde und was mich da nervt, aber ich nutze es schon auch regelmäßig. Die haben sich halt einfach ein paar coole Serien eingekauft. Mein nächster Traumsponsor wäre Oculus. Ich liebe die Oculus Drift und verbringe so viele Stunden unter dieser wunderbaren Brille. Ich bin der absolute Virtual Reality Freak und ich finde, Virtual Reality passt auch irgendwie zu meinem Kanal, weil wenn man zum ersten Mal so eine Brille auf hat, dann ist es irgendwie wie, wenn man eine Droge zum ersten Mal probiert. Man ist da wirklich völlig geflasht und denkt sich, wow, was geht's? Sowas gibt's? Ich würde auch Werbung für die HTC Vive machen, aber erst, wenn sie die Preise ein bisschen senken oder endlich vernünftige Controller rausbringen, weil die Rift ist billiger und in meinen Augen in fast jeder Hinsicht besser. Für mich ist bei VR der Controller mitunter das Entscheidendste und ist einfach so ein Unterschied von Tag und Nacht, so wie viel besser der Rift Controller im Vergleich zum Vive Controller ist und die haben den seit Jahren nicht geupdatet. Mein nächster Traumsponsor wäre Edeka. Ich wohne nicht weit von einem Edeka entfernt und ich gehe da wirklich sehr gerne da drin einkaufen. Manchmal gehe ich einfach nur dran vorbei und denke mir, ich brauche zwar nichts, aber ich gehe jetzt mal rein in irgendwas Cooles, wenn ich dann schon was ich kaufen kann. Davor war da ein Tengelmann drin und als dann da der Edeka eingezogen ist und die da alles umgebaut haben, hat man da einfach so einen krassen Unterschied gemerkt. Da hat man sich dann überhaupt nicht mehr gewundert, warum Tengelmann pleite gegangen ist und Edeka so erfolgreich ist. In so einem Edeka sieht alles so richtig schön ansprechend aus und auch die Produktauswahl ist dort besser. Aber was ich bei Edeka am geilsten finde, habe ich ja noch gar nicht erwähnt und zwar die Werbungen. Die haben ja sogar einige Kifferwerbungen, die einfach perfekt zu meinem Kanal passen. Kommen wir von Edeka zu Sachen, die man bei Edeka kaufen kann und zwar zu True Fruit Smoothies. Ich habe mich vor einiger Zeit mit meinem YouTuber-Kollegen Green Rabbit darüber unterhalten, was so unsere Lieblings-Product-Placements wären und da war seine erste Antwort True Fruit Smoothies. Und als er die Antwort rausgehauen hat, dachte ich mir dann mit der Zeit dann immer mehr so, ja stimmt, das ist True Fruit Smoothies, die sind eigentlich richtig geil. Und kurz darauf habe ich angefangen, mir jeden Tag so ein True Fruit Smoothie zu kaufen, weil die einfach wirklich sehr lecker sind und auch wirklich besser als die Konkurrenz. Also wenn man sich da irgendwelche Billig-Smoothies von Penny oder sowas kauft, die schmecken einfach scheiße. Irgendwann war es etwas zu teuer für mich, jeden Tag so ein True Fruit Smoothie zu kaufen und dann habe ich aufgehört. Aber ich bin jetzt gerade dabei, wieder anzufangen, weil ich habe jetzt neulich gehört, dass True Fruit Smoothies in so einen Skandal verwickelt war, weil angeblich ihre Sprüche, die sie hier hinten draufdrücken, die sind angeblich total offensive. Ich will euch nicht das Recht absprechen, von diesen Sprüchen offended zu sein, falls ihr von diesen Sprüchen offended wart. Hört gerne auf, deren Produkte zu kaufen, wenn ihr nicht einverstanden mit diesen Sprüchen seid. Aber in meinen Augen sind bei solchen Sachen Dinge wie Kontext und Intention mitunter das Wichtigste. Ich könnte jetzt weitere Argumente bringen, warum ich die Aufregung über diese Sprüche etwas übertrieben finde, aber das wäre dann ein anderes Video. Ich habe jetzt richtig Bock auf die Scheiße bekommen, weil ich jetzt die ganze Zeit drauf geschaut habe. Frech, provokativ, kontrovers, I like it, lass uns mal was zusammen machen, True Fruits. Jetzt kommt keine konkrete Firma oder kein konkretes Produkt, sondern einfach mal nur als Überbegriff Elektromobilität. Also ich würde ultra gern supportet werden von einer Firma, die irgendwas mit Elektromobilität zu tun habe. Ich liebe mein E-Bike, ich habe sehr viele Elektro-Skateboards und will mir auch irgendwann ein elektrisches Auto kaufen. Die Beschleunigung auf elektrischen Geräten ist einfach nur so geil. Am geilsten wäre natürlich Tesla als Sponsor, aber ich finde auch so Elektroautos wie den Hyundai Ioniq oder den Hyundai Kona sehr gut. Aber ich würde auch Werbung für so einen hässlichen i3 machen, wenn ich den dann als mein Auto benutzen darf. Also ihr müsst mich dann gar nicht mal bezahlen. Ich will dann einfach nur für so ein paar Jahre mit so einem Elektroauto von euch rumfahren dürfen. Vielleicht schaut ja irgendeiner zu, der ein Elektroauto-Verleih hat. Mobile elektrische Geräte wie elektrische Skateboards, elektrische Scooter und sowas, die würde ich natürlich auch sehr gerne in einem Placement promoten. Vielleicht schaut ja ein Mitarbeiter einer dieser Firmen zu und kann dafür sorgen, dass ich von diesen Firmen supportet werde. Und weil das natürlich alles Produkte sind, die ich geil finde, würde ich das sehr viel billiger machen als andere YouTuber. Also überlegt es euch. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Traumsponsor wäre, wenn ihr einen YouTube-Kanal hättet. Oder vielleicht habt ihr einen. Also Tesla, Edeka, Truefruits etc. Meldet euch bei mir. Ich wäre gerne eure Hure. Scheiße, jetzt habe ich es verkackt, oder? Jetzt wollt ihr nicht mehr. Da gibt es ja. Und dann geht es mir jetzt nicht nachher. Jahren hierher. Jn.